Weil er sich nur 2 Meter irgendwo hingerollt hätte, dass er weiterflöten kann. Nächstes Mal drücken wir hier, wo im Internet ein Notenblatt aussieht. Schon. Das wär doch was. Ich hab was gewusst. Hm. Dass ein bisschen Abwechslung reinkommt. Achtung. Mach mal kurz. Mach mal kurz. Ja, das sieht auch aus. Nee, nee, nie wieder Deutschland. Ach so, so weit war ich noch nicht. Da gab es auch die... Dafür müssten Sie eigentlich steinigen dürfen. Ja.